Ja, erster Unfall. Am Tag 1 schon direkt. Ich habe jetzt schon wieder so meine Zweifel bekommen, warum ich das hier überhaupt mache. Weil ich habe gestern schon bei der Fahrt gemerkt, dass ich eigentlich nicht fahren kann, aber wir konnten ja auch nicht mitten auf der Straße stehen bleiben. Wir sind unterwegs mit dem Fahrrad von Deutschland über Polen und das Baltikum nach Finnland und dann weiter durch Schweden bis nach Norwegen. Kein Zeitplan, keine Hotels, keine Campingplätze, kein Kamerateam. In dieser Folge begleitest du uns vom Nordwesten in die Mitte Deutschlands. Erstmal bin ich ganz alleine losgefahren. Mein Kumpel Lukas sollte am Tag 2 erst dazukommen. Ich bin natürlich mal wieder völlig planlos gestartet und musste mir dann erst mal anschauen, wo ich überhaupt lang will. Ich checke jetzt gerade mal nochmal die Route, weil ich erst dachte, es geht über Herford. Aber da ich jetzt einen Platz ausgeruscht habe, der noch ein bisschen südlich von der Weser ist, südlich von Hannover-Schmünden, schickt das Navi mich jetzt doch über Bielefeld. Ich hatte eine Brustgurthalterung für die Kamera dabei, aber ich hatte sie natürlich vorher zu Hause nicht ausprobiert. Das Filmmaterial der ersten Tage ist eine Riesenkatastrophe, denn ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Aber keine Panik, es wird im Laufe der Zeit besser. Ich bin um 10 Uhr ungefähr losgekommen von Osnabrück aus, bin jetzt in Gütersloh auf einem Friedhof und habe meine Wasserflaschen aufgefüllt. Dann ist es super heiß. Es ist eigentlich schon viel zu heiß zum Fahrradfahren in Deutschland, aber wir kommen ja in zwei Wochen ungefähr, sind wir ja im Norden und dann wird es hoffentlich ein bisschen kälter. Ja, erster Unfall am Tag 1 schon direkt. Ich wollte hier drehen, habe die Kurve etwas eng genommen und wollte mich dann mit dem rechten Fuß einfach abstützen und bin mit dem Fuß nicht aus den Klickpedalen rausgekommen und auf die Seite gefallen. Und dann lag ich da. Das ist jetzt der dritte Friedhof, auf dem ich anhalte, um meine Wasserflaschen wieder aufzufüllen. Friedhöfe sollen dann auf dieser Tour noch unser zweites Zuhause werden und wir haben da ziemlich viel Scheiß gemacht. Aber das seht ihr dann in einer der nächsten Folgen. Hinter Paderborn wurde es dann extrem hügelig und das hat mich in Kombination mit dieser Bullenhitze und diesem gefühlten 100 Kilo Gepäck komplett zerstört. Komplett zerstört war dann natürlich auch meine Planung, denn ich hatte keine Chance mehr noch zu der Hütte zu kommen, in der ich eigentlich pennen wollte. Bin dann ein bisschen durch die Gegend geirrt und habe diese Wiese hier gefunden und gedacht, ich baue mein Zelt hier auf. Und plötzlich sehe ich, dass hier so eine Bruchbude steht und in der habe ich dann einfach geschlafen. Ich habe jetzt schon wieder so meine Zweifel bekommen, warum ich das hier überhaupt mache. Mir war gerade dann auch relativ kalt und mir tut der Rücken weh und mir tun die Schultern weh. Ich muss auf jeden Fall so ein bisschen vom Gaspedal runtergehen die nächsten Tage. Ich habe dann noch Nudeln gekocht, habe dann noch Grießbrei gekocht und ein paar Cracker gegessen und so. Und jetzt ist es fast halb eins und ich muss mal sehen, dass ich ein bisschen Schlaf kriege. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Es ist neun Uhr schon. Ich war vorhin um sechs Uhr einmal kurz draußen austreten und das war alles neblig und kalt. Und bin wieder in den Schlafsack gegangen und auch jetzt ist es noch relativ kalt. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Es ist jetzt ungelogen. Zwölf Uhr zwölf, wenn ich jetzt noch zurückfahren wollte, weil ich keinen Bock mehr auf die Tour habe und jetzt einfach am zweiten Tag wieder nach Hause fahren würde. Ich würde das nicht mehr schaffen. Es hat alles ewig gedauert mit Frühstück und es war so kalt und dann wollte ich nur mal eben schnell so ein bisschen Pappe und mein Klopapier verbrennen. Und hier ist ja so eine Feuerstelle und dann hat das plötzlich diese ganze Feuerstelle in Brand gesetzt, weil da noch so viele Kohlen und so halb abgefackeltes Holz lag. Dann bin ich 15 Mal zum Bach gelaufen mit meiner Trinkflasche, habe die voll Wasser gemacht und immer wieder drüber gekippt und mit Steinen abgedeckt und so. Also man denkt immer, das ist super schwer, irgendwie ein Lagerfeuer zu machen und das überhaupt anzukriegen. Aber ein Feuer wieder auszukriegen ist noch viel schwieriger, zumindest wenn man keine Zeit hat, das ausbrennen zu lassen. Ich bin hier tatsächlich wirklich in der Pampa. Ich habe gar nicht gedacht, dass es hier in Nordrhein-Westfalen noch so gibt. Hier ist fast kein Handyempfang. Deswegen konnte ich jetzt auch Lukas, den treffe ich ja heute gar nicht wirklich Bescheid sagen. Und ich fahre jetzt erstmal los und gucke mal, ob ich irgendwo mal wieder ein bisschen besseren Empfang habe. Als ich dann endlich wieder auf dem Fahrrad saß, kam auch direkt schon die nächste Ablenkung. Das Wisentgehege. So, ich bin jetzt hier so ein bisschen rumgefahren. Überall Schilder Wisente. Achtung, Wisente. Und nirgendwo eins gesehen, aber ich glaube da hinten. Da in dem Gehege. Da sind welche. Da gehen wir jetzt mal hin. Jo, das sind faule Schweine, aber keine Wisente. Also, es guckt erstmal ein bisschen doof. Ich glaube, das interessiert sich mehr für die Kollegen als für mich. Hier ist so eine kleine Beobachtungsstation, aber hier steht nur, dass die Pferde nicht gefüttert werden dürfen. Hier gibt es so ein Fernrohr, was aber gar kein Fernrohr ist. Das ist einfach nur ein Rohr, wo man durchgucken kann. Aber vielleicht hilft es einem so ein bisschen besser, sich zu fokussieren. Aber ich finde hier weder ein Pferd, noch ein Wisent. So, hier ist jetzt ein Pferd. Das ist ein Spezialpferd, das heißt Tapan. Und das läuft hier so in so einem Mini-Gehege rum und versucht sich das Grünzeug so unter dem Zahn wegzuziehen, weil es im Gehege hier nicht so viel gibt. Das letzte von diesen Pferden wurde 1876 in der Taurischen Steppe eingefangen. Und in Kleinasien und auf dem Balkan waren die verbreitet, wurden aber sehr stark bejagt und sind seitdem ausgestorben. Und jetzt, die, die es jetzt wieder gibt, kann man irgendwie rückzüchten aus Hauspferden und dem Urpferd. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das jetzt gerade mal nachgeguckt bei Wikipedia, was das überhaupt auf sich hat mit dieser Rückzüchtung, weil ich das etwas merkwürdig fand, dass man eine ausgestochene Art einfach wieder herzaubern kann. Und so ist es natürlich auch nicht. Also das Ganze sollte man eigentlich gar nicht Rückzüchtung nennen, sondern Abbildzüchtung. Das heißt, ich kreuze halt das Hauspferd und das Urpferd und dabei kommt etwas heraus, das sieht so aus wie ein Tapan. Das ist aber kein Tapan, denn der Tapan ist ausgestorben. Und dann haben sich die Wisente doch noch sehen lassen. Ja, als ich das gesehen habe an der Straße, hatte ich ja so meine Zweifel. Erstmal anhalten, dann muss man die Wieste erstmal finden und dann geht wieder so viel Zeit drauf. Wenn man sich alles am Wegesrand anguckt, kommt man gar nicht mehr vorwärts. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe Wildschweine gesehen, ich habe Bergwiesente gesehen, ich habe Flachlandwiesente gesehen. Das waren jetzt die hier zum Schluss, die man vom Turm aus beobachten konnte. Und ich habe Tarpane gesehen oder Tarpans, keine Ahnung. Wenn ihr mal in der Gegend seid, es lohnt sich auf jeden Fall. Wisentgehege Hadehausen heißt das, bei Warburg um die Ecke. Ja, heute habe ich es sehr gemütlich gemacht. Ich sitze jetzt hier gerade am Diemelradweg. Ich habe glaube ich noch so 55 Kilometer vor mir, bis zu dem Ort, also bis Spitzenhausen, wo ich Lukas treffen will. Das war heute ein bisschen schwierig, Wasser zu finden. Bei dem einen Friedhof gab es nicht so wirklich welches. Dann habe ich bei einer Reithalle gefragt, die hatten nur Brunnenwasser. Dann habe ich bei irgendeinem Handwerker gefragt, der irgendwo an einem Hof gerade rumlief. Der hätte erst nach drinnen müssen. Jetzt sitze ich aber hier auf einem Friedhof, wo es Leitungswasser gibt. Ich muss gestehen, mich nervt das gerade ein bisschen, nur weil, dass ich jetzt irgendwie nicht mal diese 85 Kilometer heute auf die Kette gekriegt habe. Ich hatte mir heute vorgenommen, mir nicht wieder so einen Stress zu machen wie gestern, wo ich um 22 Uhr angekommen bin. Und genau darauf läuft es irgendwie hinaus, obwohl ich genug Zeit hatte. Lukas hat mir jetzt gerade noch Koordinaten von einer Hütte bei Hannover Schmünden geschickt. Und die werde ich jetzt mal als Ziel in mein Navi eingeben und hoffe, dass ich da noch hinkomme. Ich habe das Gefühl, dass ich da noch nicht so einen Schmutzwasser bin. wir sind vereint jetzt war der erste meilenstein schon mal erreicht und wir waren zu zweit aber wir haben nichts mehr auf die reihe gekriegt an dem abend haben jetzt bestimmt eine stunde hier probiert naja eine halbe ist wie im schneezelten ein bisschen übertrieben okay vielleicht ein halbes stündchen oder drei viertel knapp sind wir jetzt hier alles am gucken wo wir unser tab abspannen können aber jetzt haben wir glaube ich eine ganz geile sache gefunden hier kleines tippie ja es wird noch hochgespannt wir haben nichts falsch gemacht guten morgen es ist gleich abend 8 uhr die nacht war ganz ok relativ kalt und relativ laut hier ist irgendwie eine eisenbahn verbindung und eine autobahn und so selbst um halb eins nachts war da noch volles programm und da fährt die nächste eisenbahn das ist eine dauerbeschallung hier so ein schöner ort und dann so ein zivilisationslärm gucken was der meister macht ob der schon wach ist da pennt er noch mit dem handy in der hand und merkt nichts guten morgen wie hast du geschlafen ach du hast ohne geht es hier nicht ja ich habe es auch gerade schon gesagt es ist eine dauerbescheidung guten morgen es ist ja so ein schöner platz aber diese autobahn und diese eisenbahn müssen einfach weg und der handy empfangen könnte noch hin das ist schon der für ein selbstgespräch ich habe nämlich nur so eine vibrationen gemerkt ich denkst du schnarcht der jetzt oder redet der ne ich habe mit meinen followern geredet ja wir haben hier unsere strohfarm aufgebaut das ist alles ökologisch läuft jetzt wird hier geerntet jetzt haben wir gain wir sind unterwegs das ist so schlimm die knie mein knie tut so weh da hinten fährt commander und die tour ist echt die läuft so schleppend das ist wahnsinn das ist irgendwie aber wir kommen da noch rein das war ja letztes jahr waren wir ja schon alle unterwegs länger und da waren wir natürlich dann auch schon gut drin aber das wird schon noch also das geht schon naja mal gucken was der tag so bringt jetzt haben wir erstmal los richtung witzenhausen und sehen mal was so abgeht 200 kilometer jetzt erreicht so viel fahr ich manchmal auch an einem tag sonst aber irgendwie komme ich nicht so ganz in die gänge und ich stehe wie ihr seht mal wieder auf dem friedhof lukas wäscht gerade unseren topf aus wir hatten so porridge gemacht über dem lagerfeuer heute morgen und das natürlich alles abgefackelt ja der kratzer jetzt dann rum und weicht das ein zehn kilometer jetzt schon gefahren wir sind jetzt in witzenhausen wo wir eigentlich gestern abend uns treffen wollten es ist zwei uhr das heißt wir werden heute auch keine monsterleistung mehr auf die straße bringen wir sind im posten lukas du siehst aus wie so ein borer beim zahnarzt ja das habe ich gerade gesagt ja da stand dinge ja wir sind jetzt irgendwie auf so einem berg ich weiß auch nicht warum wir hier sind bei neu eichenberg sind wir und ich kann nicht mehr und wir müssen uns jetzt eigentlich vom krankenwagen abholen lassen weil es echt akut ist das beste heilmittel gegen überlastung ist weiter überlasten ne jörg du kannst nicht mit dem kopf durch die wand das geht einfach nicht wir sind jetzt kurz vor heilbart heiligenstedt oder stadt ich bin jetzt hier gerade mal vorgegangen am weg war die zwergenhöhle ausgeschildert hier sind auch ganz viele kinder ich laufe jetzt hier mal hoch und schau mal wo das ding ist lukas wartet unten am fahrrad so ich glaube ich habe sie gefunden die zwergenhöhle da sind vielleicht auch keine kinder mehr drin wir gucken mal ich glaube die sind alle raus es ist dunkel und eng ich bräuchte eigentlich meine stirnlampe ich versuche das jetzt so ganz langsam wenn man hier abrutscht ist man nämlich ziemlich am Arsch das riecht so wie in so einem Weinkeller Tier-Sender ich sehe nichts ne das geht noch weiter jetzt machen wir das Licht um das geht noch ganz schön weit oh meine GoPro auf dem Helm die ist gleich ab ich weiß irgendwann muss das ja mal vorbei sein ich komme hier kaum noch durch ich kriege jetzt hier weiter durch weil ich wissen will wann das Ding zu Ende ist oder ob ich da irgendwo rauskomme hier sind irgendwelche Motten rum glaube ich ist jetzt das Ende oder geht es da jetzt noch rechts rum ne wow das war die Kamera ich kann mich hier nicht umdrehen ich muss jetzt rückwärts hier wieder raus ach du lieber Gott und von hinten kommen Kinder ich komme gerade rückwärts hier raus ihr müsst ein bisschen warten ich muss hier rückwärts raus weil ich mich hier nicht mehr umdrehen kann es dauert ein bisschen ich suche einen Platz ja jetzt kann man sich immer wieder umdrehen also es wird echt extrem schmal gleich aber ich weiß nicht ob ihr wo seid ihr denn wo seid ihr denn ja ok da kommen wir schon wieder aneinander vorbei ich will da nicht wieder rein in der Waffe boah sehr cool aber man muss kriechen und wird es glaube ich ziemlich dreckig also wenn es nicht eh schon vorher drin gewesen wäre er lebt ja doch ich dachte er wäre in die Höhle gefallen man kann gerade einen Krankenwagen rufen du bist ein Kopf wenn dann wäre ich in der Höhle stecken geblieben ja die Kamera hat es jetzt vom Helm gerissen in der Höhle abgerissen oh shit also du bist natürlich wie so ein da drunter gelatzt ich kenn dich ja du war das ja überall lang also die Halterung war hier so drauf geklebt ja ich guck mal ich glaube ich habe noch so ein Klebepad dabei da ist es in Sicht unser Domizil Lukas checkt es schon aus mitten im Wald hier in Thüringen sieht echt gemütlich aus je größer die Artenvielfalt desto stabiler ist das System deswegen sind wir jetzt hier und vergrößern die Artenvielfalt aber ich glaube die Gleichung geht nicht auf mit dem Menschen als Art der macht noch alles kaputt ja wunderschönen guten Morgen ja wir lachen aber eigentlich ist mir nicht zu lachen ich habe übelste Knieschmerzen also mein linkes Knie ist komplett im Eimer ich habe jetzt schon alles in mich reingeballert was ich da habe ich habe Magnesium, Spirulina, MSM, nochmal Magnesium, Zinktabletten ich habe eine ganze Apotheke dabei also so kann ich nicht weiterfahren das ist tatsächlich ein Problemchen weil ich habe gestern schon bei der Fahrt gemerkt dass ich eigentlich nicht fahren kann aber wir konnten ja auch nicht mitten auf der Straße stehen bleiben es war super kalt es war die kälteste Nacht überhaupt es waren 3 Grad heute Nacht laut Internet und ich habe im Schlafsack gelegen und gefroren und hatte dann so im Hinterkopf dass ich mal so ein YouTuber nie gesehen habe so ein Survival Typen der meinte wenn du das machen kannst mach es was bedeutet nicht erst lange rumliegen und überlegen und denken ach das geht schon sondern aufstehen und machen und das habe ich dann auch gemacht das war natürlich unangenehm dann aus dem Schlafsack nochmal raus zu gehen aber ich habe mir dann ein langes Merino Oberteil lange Merino Unterhose nochmal drüber gezogen und dann ging es einigermaßen und jetzt heute morgen kommt die Sonne raus aber ich sitze jetzt hier sogar noch mit deutlich mehr Klamotten als im Schlafsack ich hoffe dass es jetzt ein bisschen wärmer wird heute und dass es jetzt die letzte kalte Nacht wird sonst kann ich hier bald wegen Erkältung abbrechen und Lukas kann bald abbrechen weil er ein Problem mit dem Knie hat rein rechnerisch müssten wir jetzt glaube ich schon an der polnischen Grenze sein wenn wir unsere 125 am Tag geschafft hätten ich zeige euch jetzt nochmal kurz unsere Hütte während mein Müsli hier einweicht da stehen die Fahrräder und ja diese Hütte ist von drei Seiten zu wobei es unten so ein bisschen durchzieht und das Problem hier war man sieht das ja auch bei meiner Isomatte ganz schön dass die Matte breiter ist und ein Mensch breiter ist eigentlich als diese Bänke und man da nachts runterfallen könnte also deswegen hatten wir die Idee das hier einfach mit so einer Art selbstgemachten Fallgitter abzuspannen ich weiß nicht ob es halten würde jetzt aber man hat es heute nach gemerkt wenn man sich dagegen gerollt hat hat man sozusagen eine freundliche Erinnerung von diesen Bändchen bekommen dass es nicht weiter geht und was auch ganz gut war war dass das ganze hier halt die Isomatten bei mir sind es ja zwei in Schach gehalten hat dass die über die Fahrräder wenn ich im Zelt zum Beispiel schlafe verrutschen die schon mal und das hat das auf jeden Fall gut verhindert an diesem Tag funktionierte dann einfach gar nichts mehr Lukas Knieschmerzen wurden immer schlimmer seine Schaltung wollte nicht mehr richtig deswegen hängt das Fahrrad auch hier am Paracord und er ist gerade dabei das wieder einzustellen gleichzeitig saß ich da an meinem Laptop und wollte die Clips der letzten drei Tage schneiden um ein schönes YouTube Video rauszubringen hatte aber wenig Erfahrung mit schneiden hatte nicht das richtige Schnittprogramm sechs Stunden und einige Nervenzusammenbrüche später haben wir dann einfach beide beschlossen das ganze aufzugeben ich habe mein Video nicht zu Ende gebracht und Lukas hat die Schaltung so gelassen wie sie war und dann sind wir einfach los ja eben kurz einkaufen gewesen bisschen was für die Pasta Bolognese geholt heute Abend und ja jetzt schrubbt mal noch ein bisschen guck mal wie weiter kommt also geschrubbt haben wir schon mal gar nicht weil Lukas Knie da ganz anderer Meinung war und weit gekommen sind wir dann dementsprechend auch nicht an dem Tag so wir sind endlich angekommen meine Güte was eine Tortur heute die GoPro funktioniert nicht mehr mein Knie hat den ganzen Tag geschmerzt es ging gefühlt nur bergauf mit Gegenwind mit kaltem Gegenwind es ist heute irgendwie alles zum Kotzen wir sind auch erst um 16 Uhr gestartet jetzt steht hier noch zur Krönung letzte Hinrichtung ja geil also wenn wir hier heute Nacht verrecken das ist das letzte Lebenszeichen ja mein Knie ist so im Arsch es tut mir leid wie man sieht fahren wir jetzt nach Bleicherroda an den Bahnhof fahren nach Hause kurieren uns aus tauschen Sachen aus bestellen Sachen die wir brauchen lassen Sachen da die wir nicht brauchen und dann geht es im besten Fall in 2-3 Tagen weiter die Entscheidung abzubrechen war extrem hart aber sie war richtig und hat Schlimmeres verhindert wir sind noch nicht fertig wir kommen zurück 13 Tage später sind wir wieder in den Zug gestiegen zurück nach Bleicherroda wie es weiter geht seht ihr in Folge 2 2 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020